Also, Pegasi-Ignus, die beste Panzerung natürlich, die besten Bremsen, Motor, Skowalski nochmal ein Schild, Turbo, obwohl das wahrscheinlich nichts mehr bringt, keine Ahnung. In der Statistik unten zeigt es jetzt gar nichts an, aber ich mache das standardmäßig rein, einfach die besten Settings für ganz runter mit dem Wagen. So, und jetzt gehe ich der Reihe nach durch. Also Panzerung und Bremsen, das hatte ich ja schon drin, Stolzstangen Front. Bisher nichts sehr Aufregendes dabei. Also man merkt jetzt eigentlich lasst da die serienmäßige Stolzstange. Heck. Auch hier nichts, nichts Spezielles. Ich mag eigentlich da dieses Zick-Zack-Muster. Auspuff. Ich lasse den serienmäßigen Motorhaube. die Rennhaube. Carbon. Das sind noch Einlässe in der sekundäre Farbe. Carbon. Großer Einlass. also sehr riesig gefällt mir gar nicht schlecht ich lasse Maseril mäßig Hupen lasse ich auch Maseril Lichter dann könnt ihr Unterbodenbeleuchtung machen mache ich aber nicht Designs weiße Streifen schwarze Streifen so Bienenwagen mäßig ja wieso denn nicht und das war es schon ok ja komm nehmen wir mal die gelben Signalfageln gefällt mir nicht schlecht Diebstahl und Verlust ist schon drauf Lüftungsschild hatten wir gemacht Lüftungsschlitze also mit Glas ist natürlich auch hübsch aber keine Lüftungsschlitze wo man Motor sieht finde ich eigentlich am besten so Primärform noch ein noch ein noch ein Vielen Dank. Mit der Schwarz finde ich es eigentlich gar nicht schlecht, da für meine, mit der Folie, die jetzt drauf ist. Nautisch Blau. Schokobraun hier in der Schokoladenfabrik. Das ist jener Anker gefällt mir noch. Vielen Dank. Cremeweiss, Eisweiss. Und da habe ich immer noch Farben, die ich nicht zur Verfügung habe. Also ich lasse es so, wie es ist, weil es mir nicht schlecht gefällt. Sekundäre Farbe kann ich anschauen. Die weiße Linie gefällt mir nicht schlecht. Aber vielleicht mal anschauen, wie das wirkt mit Gelb. Hier. Nee. 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 Nice. Hätten wir dies Seitenverkleidungen? Standard gefällt mir am besten. Spoiler. Etwas viel Weiß. Was ist denn das hier? GT Spoiler. Der Geschwindigkeitsspoiler. Federung haben wir schon. Getriebe haben wir schon. Turbo haben wir schon drin. Reifen. Neh, Seri. Es ist Seri. Komm. Fenster. Abdunkeln. Und das war's.